Hey Folks, zwischen dem 17. September und dem 2. Oktober, das heißt zwischen der Mondfinsternis und der Sonnenfinsternis, sind wir über eine Smokebrücke gegangen, Rauchbrücke und heute, ich spreche das am 4. Oktober, rennt das Feuer wieder hoch. Das heißt, der Rauch geht vorbei und wir wissen eigentlich mehr und minder, was wir zu tun haben. Und ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, kurz was zu sagen darüber, wie ich Astrologie verstehe. Und zwar, wenn du hier reinkommst in das Universum, bekommst du eine Rolle von einem Regisseur. Und in der Rolle, in dem Skript ist mehr und minder das geschrieben, was du in dieser Inkarnation zu tun hast. Es gibt natürlich noch gewissen Spielraum. Du kannst deine Rolle gut spielen und du kannst deine Rolle katastrophal spielen. Das ist dir noch offen. Aber mehr und minder sind gewisse Sachen vorherbestimmt. Viele Sachen sind vorherbestimmt. Und das ist auch der Grund, warum ich die Sachen sehen kann. Und jeder andere Astrologe auch. Nun, der Unterschied zwischen klassischer Astrologie und vedischer Astrologie ist eben, dass die klassische Astrologie einen Plan hat, der 24 Grad in der Zukunft ist im Moment. Das heißt, die Landkarte stimmt nicht total. Man kann sich natürlich da rein hypnotisieren und gewissen Planeteneigenschaften anhängen. Zum Beispiel, wenn jetzt wie bei der Sonnenfenstern ist, alle Planeten sich in der Jungfrau ballen und dann meinetwegen ein Planet Mars in der Waage ist, während die klassische Astrologie denkt, dass Sonne und Mond alles in der Waage ist, dann interpretierst du die Eigenschaften von diesen Waageplaneten alles in einen Planeten rein, obwohl jetzt diese letzten zwei Tage, ich spreche vom zweiten und dritten, actually vom ersten, zweiten und dritten, alle Planeten, also viele Planeten in Jungfrau waren. Was bedeutet, dass eigentlich eben alles ein bisschen ja nicht kaltblütig, aber analytisch durchdacht wird, also praktisch alles mal auseinandergenommen wird und wir Ordnung bringen konnten bei dieser Sonnenfinsternis, das ist eben genau das, was passiert ist. Viele von uns haben Ordnung bekommen oder haben geordnet, sind aus dem Rauch rausgekommen, durch die Jungfrau Planeten, haben entdeckt, ja, so sieht die Sache aus und jetzt kommt der Sprung nach vorne, also der Rahu in den Fischen, also in die Hingabe rein und jetzt gehen wir in den Prozess der Stärkung, der Disziplin und des Umsetzens der Dinge, die wir erkannt haben in diesem Zwischenraum, wo wir ein bisschen geschwommen sind zwischen Mondfinsternis und Sonnenfinsternis. So, das wollte ich kurz sagen, ich habe lange Zeit nichts mehr gepostet, wenn ihr persönliche Sachen mit mir diskutieren möchtet, dann bitte unter der E-Mail, die unten angegeben ist, beziehungsweise klickt einfach mal auf meinem Link von meiner Homepage und seht euch meinen Beratungsstil an. Bei mir gibt es keine Massenabfertigung, Also ich könnte natürlich einen Link machen, wo ich einen Festpreis mache und sage, ja, bestellt euch dieses Horoskop, das ist nicht mein Stil. Mein Stil ist es, Leute da abzuholen, wo sie sind. Manchmal muss auch eine Ratenzahlung vereinbart werden. Meine Horoskope sind unterschiedlich. Manche Horoskope, die sind sehr schnell gemacht. Da spreche ich eine halbe Stunde, da filme ich mich eine halbe Stunde ab und spreche zu dir eine halbe Stunde. Manchmal sind es 90 Minuten. Deswegen bin ich der Art Astrologe. Ich male ein Bild und wenn das Bild fertig ist, ist es fertig und ich gucke nicht auf die Zeit und ich denke auch nicht an das Geld. Okay, natürlich muss ich auch Geld verdienen, aber ich gucke mir die Person an und ich gucke mir das Volumen an oder wenn es Volumen, wenn es fertig ist, ist es fertig. Wenn es nicht fertig ist, dauert es ein bisschen länger. Manche Horoskope, da bin ich zehn Tage dran, manche Horoskope bin ich zwei Tage dran. Dann muss ich auch den richtigen Moment finden, um zu dieser Person zu sprechen. Ich suche mir auch die Tage aus, wenn ich zu einer Person spreche und ich muss sehen, dass ich die richtige Stimmung habe, okay, zu einer Person zu sprechen. So daher, vertraut euch mich an. Sorry, ich denke manchmal Englisch. Vertraut euch mir an. Ja, mir an. Genau. Dann können wir ein Gespräch führen, ein kurzes Einleitungsgespräch auf Telegram, auf WhatsApp, auf Zoom oder was ihr auch immer benutzt. Ich habe eine Menge Sache, ich habe sogar Viber. Und dann können wir sehen, was dein Ding ist. Es wird eine spannende Zeit. Wir bleiben im spannenden Modus. Heute ist auch ein spannender Tag. Ich weiß nicht, wann du dir das ansiehst, ob du es direkt ansiehst. Wir schreiben heute den vierten, zehnten, wie gesagt. Und ja, wir haben viele Sachen im Oktober laufen. Ich kann nicht immer posten, wenn ihr mehr von mir wissen, mehr freie, kostenlose Beratung von mir haben wollt. Bitte, bitte, bitte sendet mir in eure E-Mail eure Telefonnummer. Ich habe eine kostenlose WhatsApp-Gruppe, wo ich zu gewissen Zeiten mehr poste, aber mindestens eine Nachricht in neun Tagen. Ungefähr. Okay, und die spreche ich dann morgens in der besten Zeit, habe einen Ausblick auf den Tag, auf die Energie und so. Und in dieser Gruppe poste nur ich was. Es klingelt also nicht die ganze Zeit am laufenden Band. Du kannst das Klingeln auch abstellen. Also es gibt keine Reaktion, nur ich poste was. Ich wollte eine spartanische Gruppe haben, wo ich halt ganz unkompliziert mal einfach so ein bisschen was von der vedischen Astrologie raushauen kann jeden Tag. So, I hope, also ich hoffe, das trifft dich, dieser Video trifft dich in einem guten Zustand, bei bester Gesundheit. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal, dein Adersologe Leonardo. Ciao.